so ja hallo kurzer quick tipp von mir ausrüstung und zwar gibt es diesen ich sage jetzt mal im überzug von deklatoren das heißt also ich kann hier meine optik mit schützen kann das ganz leicht runternehmen also auch am hochsitz oder am weg zum hochsitz und dann noch ein kleines teil und zwar hier ein putztuch und hat jetzt meine waffe mal wieder nötig kriegt man also alles wunderbar mit sauber schon ordentlichen kratzer drin und ja dann immer die waffe kurz gereinigt hat einfach hier wieder rein ganz primitive einfache sache stört nicht so zu und dann einfach den strumpf wieder drüber ziehen und schon ist das ding hier mit so einem gummizug und schon ist die waffe wieder geschützt mein quick tipp mehr 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 mehr